Weihnachten kommt mit großen Schritten näher und wir präsentieren Ihnen jetzt schon die Geschenketrends 2020. Für groß und klein, für jeden in der Familie oder im Bekanntenkreis ist etwas dabei und ja, es ist nicht zu früh, aber eben auch noch nicht zu spät, sich jetzt vorzubereiten und schon einmal zu stöbern. Was kann ich denn in diesem Jahr wunderbares, innovatives schenken? Gefühlt hat doch jeder heutzutage schon alles und deswegen finde ich es so großartig, dass wir hier immer wieder Produkte präsentieren, auf die man so im Alltag oder auch beim Stöbern durch die Fußgängerzone gar nicht kommen würde. Es sind innovative Dinge, die es teilweise eben auch nur hier bei Pearl TV gibt und Christoph, du fängst an mit einem Gadget, das ja für jung gebliebene Jungs oder Mädels mit einer gewissen Fußballaffinität ein großartiges Geschenk wäre. Ja, du kennst es bestimmt auch, wenn du frühest den Wecker hörst, möchtest du den doch am liebsten an die Wand werfen. Da will man doch gar nicht aufstehen und da ist jetzt unser genialer Wurfwecker im Fußballlook genau das Richtige, weil diesen Wecker dürfen Sie fürmlich an die Wand werfen, den können Sie auf dem Boden werfen, den können Sie überall dort mit hinnehmen, wo Sie ihn natürlich überall mit einsetzen wollen. Batteriebetrieben, das heißt perfekt auch, um es natürlich auf Reisen mitzunehmen oder wenn Sie mal den Wecker zur Oma mitnehmen wollen. Sie sind vollkommen unabhängig von einer Steckdose, kommt natürlich auf dieser kleinen Halterung mit zu Ihnen nach Hause, dass der runde Ball jetzt nicht auf dem Nachttisch hin und her Roll, sondern dass er immer und überall dabei ist. Und wenn Sie ihn jetzt hier sehen, der sieht täuschend echt aus, wie ein Fußball. Er fühlt sich auch an, wie ein kleiner Fußball. Ja, ist ein ganz tolles Material, ist nämlich ein robustes PVC-Gehäuse im Fußballdesign, was wir hier verarbeitet haben. Und Sie haben die Zeitansage, die sehen Sie ja hier, ich drehe es mal kurz um, so rum ist es richtig, sowohl einmal in den 12-Stunden-Format als aber natürlich auch im 24-Stunden-Format. Und wir sind mal gespannt, ob vielleicht in den nächsten Minuten mal der Wecker ertönt. Aber es ist auch zum Beispiel ein sehr schönes Geschenk, auch für kleine Kinder, die in so einem Fußballverein zum Beispiel sind. Ich habe zum Beispiel meinen Neffe, der liebt Fußball, ist ein riesengroßer Fußballfan und er hat sein ganzes Zimmer im Fußball-Look eingerichtet, in seinen Lieblingsverein. Ich überlege gerade, ob ich ihm diesen Ball dieses Jahr zu Weihnachten schenke, weil ich glaube, so ein Wecker hat er noch nicht zu Hause. Da muss ich ja gar nicht lange überlegen. Bei 13 Euro, die wir Ihnen hier gerade anbieten, für diesen Wecker. Batteriebetrieben, Sie können ihn immer und überall mit hinnehmen. Und vor allem, der steht ganz toll auf dieser Halterung. Können Sie sogar perfekt die Zeit natürlich auch ablesen, wenn Sie einfach mal schauen wollen, wie spät es ist. Und jetzt warten wir gleich mal, denn in wenigen Sekunden wird unser Wecker gleich einmal klingeln. Ich habe hier mal eine Zeit eingerichtet. Und dann wirst du ihn werfen, damit er aufhört zu klingeln, tatsächlich? Ja, ich werde ihn unten auf den Boden werfen, so wie man es frühst macht. Weißt du, was ich mir überlegen würde? Ich würde mir so einen kleinen Basketballkorb vielleicht an die Tür hängen. Und dann würde ich probieren. Oh, hören Sie es? Jetzt weg. Und Achtung. Und schon ist der Wecker aus. Das ist so genial gemacht und so schnell vor allem auch gemacht, dass Sie Ihren Wecker eben auch sehr schnell deaktivieren können. Wenn Sie den nicht werfen zum Beispiel, haben Sie den 30 Sekunden lang in diesem Piepton. Immer auch automatisch stellt er sich jeden Tag zur gleichen Zeit wieder an. Also heute hat er jetzt um die Zeit geklingelt, würde er morgen wieder zur gleichen Zeit auch automatisch wieder klingeln. Und ich muss auch sagen, der sieht so toll aus. Ich glaube, das macht mega Spaß, den zu verschenken. Er sieht wirklich echt aus wie ein kleiner Fußball. Das ist also eben auch nicht nur was für Kinder, sondern auch für jemanden in Ihrem Bekanntenkreis, der sich vielleicht hobbymäßig mit Fußball beschäftigt oder einfach ja ein Morgenmuffel ist, der gerne Fußball schaut. Also eine gewisse Fußballaffinität oder Sportaffinität wäre passend, aber eben nicht nur etwas für Kinder. Und zu diesem Preis natürlich ein großartiges Geschenk. Da kann man auch gleich mehrfach zugreifen. Und für 13,80 Euro. Und die Bestellnummer ist PE 1584 569. Wenn Sie anrufen, das unbedingt so durchgeben oder eben gleich online zuschlagen. Ja, tolle Möglichkeit für Sie. Deswegen schnell sein. Und hier sehen Sie es noch einmal, gerade frisch aufgewacht. Da findet man eh den Wecker nicht. Also werfe ich den Wecker förmlich ganz schnell weg. Und kann mich sofort natürlich auf den Tag stürzen. Und ich gebe Ihnen wirklich so einen kleinen Basketballkorb irgendwie über die Tür gehangen. Dann kann man gleich noch früh sich so ein bisschen feiern, beziehungsweise so ein bisschen motivieren. Na, dich möchte ich sehen, dass du morgen schon so fit bist, um da gleich zu targeten. Natürlich. Ich stehe so auf, wie ich jetzt hier sitze, weißt du. Perfekt designt. Jetzt geht es zu etwas Großartigem. Und zwar ist das eine Mini, also eine Mikro-Videokamera, die gleichzeitig auch als Webcam agiert. Ganz genau. Erzähl uns mal dazu was. Das ist ja so klein. Das ist ja unglaublich. Also für mich ist es die vermutlich kleinste Webcam oder beziehungsweise Kamera, die ich jemals hier in meinen Händen hatte. Denn diese Kamera ist ideal für unauffällige Spaßaufnahmen. In HD-Qualität natürlich. Das heißt gestochen scharfes Bild. Und das ist Ihre neue Kamera. Wird einmal akkubetrieben aufgeladen, bekommen Sie dann auf dieser kleinen Halterung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal zu einem Geburtstag, zu einem Überraschungsgeburtstag eingeladen bin und möchte diese Aufnahmen festhalten, dann nehme ich diese kleine Spange, die automatisch mit dabei ist, mache das hier jetzt einfach an meine Weste dran und kann sofort natürlich alles filmen oder sogar fotografieren. Schauen Sie mal, die Kamera fällt ja förmlich gar nicht auf. Die ist so klein. Das sieht ja elegant aus so an der Weste oder wenn du das am Sakko trinkst. Ja, da kommt es mir vor, wie so ein kleiner James Bond gerade. Da soll sie natürlich nicht anhalten, jetzt damit unbedingt überall heimlich zu filmen. Aber ich könnte mir vorstellen, das ist so ein bisschen, du bist so wie ein als Agent unterwegs. Das ist so ein Agenten-Gadget. Das kennt man aus ganz, ganz vielen Filmen. Man denkt immer, wie kriegt der das eigentlich hin? Wie kriegt man so eine Kamera so klein gemacht? Die kriegen Sie nämlich jetzt hier bei uns und das zu einem unglaublich kleinen Preis, muss ich Ihnen ja mal sagen, für 14 Euro. Ja, 14 Euro für eine Webcam, aber gleichzeitig eben auch eine HD-Kamera. Und vor allem mit dieser Kamera können Sie sowohl natürlich einmal das für den Modellbau zum Beispiel nutzen. Viele nutzen ja so Modelleisenbahnen oder haben vielleicht so Flugobjekte, wo ich meine Kamera drauf installieren will. Ich habe eben auch gedacht, für sowas wäre das doch wirklich ideal. Man könnte es sogar an ein ferngesteuertes Auto heften. Ja. An allem möglichen, womit man ferngesteuert arbeitet oder eben zum Sport auch mitnehmen. Wenn man zum Beispiel seine Radtouren oder wie ich als Reiterin zum Pferd, könnte ich mir eben vorstellen, das eben zu befestigen an der Jacke oder eben am Helm. Das sind die schönsten Aufnahmen, glaube ich dann. Ja, das schaut man sich einfach gerne nochmal an. Und man kann es eben auch hochladen, wenn Sie zum Beispiel einen eigenen YouTube-Kanal haben oder auf sonstigen Social-Media-Kanälen kann man da dann seine Erfahrungen, seine kleinen Abenteuer des Alltags ganz, ganz easy-peasy teilen. Und das Ding ist eben unauffällig und so klein. Man hat das Gefühl, die werden immer kleiner. Ja, die werden immer kleiner. Das ist übrigens auch eine Objektüberwachungskamera und da kommt nämlich eine kleine Wandhalterung mit dazu. Schauen Sie, machen Sie einfach über die Klinke dran und dann können Sie das hier mit zwei Schrauben zum Beispiel an der Wand dran machen. Ob Sie mal vielleicht die Tiere beobachten wollen oder mal beobachten wollen, ob denn vielleicht auch der Nachbar immer seinen Müll in die fremde Mülltonne vielleicht wirft. Denn die startet automatisch mit der Aufnahme. Wir haben hier eine Bewegungserkennung drin. Das bedeutet, bei automatischer Bewegung startet die sofort los. Dank Akkubetrieb sind Sie sehr flexibel und haben natürlich auch eine lange Zeit eine Aufnahme. Nur noch eine kleine Mikro-SD-Karte hineinmachen. Warten Sie mal am Ende der Sendung ab. Die habe ich sogar heute auch noch für Sie mit dabei. Die haben wir noch im Angebot. Und das alles zum ganz, ganz kleinen TV-Sonderpreis von 14,16 Euro. Absolut großartig. Die Bestellnummer ist NX4927 und die 569. Da bekommen Sie dieses Produkt hier zu unserem fantastischen Sonderpreis. Also eine richtige kleine Agentenkamera. Da wird so mancher dran Freude haben. Oh ja. Deswegen schnell sein und vor allem auch nutzen. Wir geben Ihnen ja so ein paar Ideen, was man vielleicht auch mal in den Nikolaustiefel tun kann, was man jetzt auch in den Adventskalender tun kann. Und ich finde so eine Kamera als Kind, oh da würde ich mich darüber freuen, wenn ich da so heimlich Aufnahmen beim Fahrradfahren oder so nutzen kann. Kann man glaube ich vieles Tolles machen. Ich so schon. Die Eltern werden jetzt immer heimlich beobachtet. Das wird noch was. Da kommen wir ja in Teufelsküche mit dieser wunderbaren kleinen Kamera. Die ist klein genug, um auch in einen Pömp gesteckt zu werden, zum Nikolaus. Jetzt kommen wir auch zu etwas Kleinem, aber unglaublich Hochwertigem. Klein, aber oho. Was steckt da an Technik drin? Und zwar ist das hier ein In-Ear-Stereo-Headset mit Bluetooth. Das heißt Kopfhörer, aber... Kabellos. Das ist der große Vorteil. Und schauen Sie mal, wie edel die zu Ihnen nach Hause kommen. Erstmal natürlich in dieser ganz tollen Verpackung. Das heißt, so können Sie sie dann auch zum Beispiel gleich anpacken oder verschenken. Und jetzt, wenn Sie die dann auch mal aufmachen, schauen Sie sich das mal an ganz hochwertig verarbeiteten, schönen Samtoberfläche, beziehungsweise schön gepolstert. Und das sind Ihre neuen Kopfhörer. Und ich nehme Ihnen jetzt mal hier einen Kopfhörer raus. Und dann schauen Sie mal, da ist kein Kabel mehr dran, denn die sind vollkommen kabelfrei. Wir haben nämlich hier die Möglichkeit, über eine Reichweite von bis zu 15 Metern über unser Smartphone per Bluetooth-Technologie oder ob das der Computer ist oder das Tablet, das Signal an diese Kopfhörer zu übertragen. 5,5 Stunden Laufzeit pro Akkuladung. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, aber wie lade ich die denn jetzt eigentlich auf? Dieses Aufbewahrungs-Advi, was hier im unteren Bereich dabei ist, ist gleichzeitig aber auch Ihr Lade-Advi. Und das Tolle ist, Sie sind vollkommen steckdosenfrei, denn das speichert bis zu drei Aufladungen automatisch. Das bedeutet einfach wieder hineingetan, dann sind die sofort einsatzbereit. Wir haben 150 Tages-Stand-by-Zeit, also fast ein halbes Jahr, wo du die nicht mehr zwischendrin aufladen musst, sondern wo der Akku gespeichert ist. Das wäre für mich praktisch, denn bei mir würden Sie in der Handtasche rumpurzeln die ganze Zeit, bis ich sie auf der nächsten Zugfahrt oder im Auto zum Beispiel wieder brauchen würde. Und dann halten die immer noch. Und vor allem, die Geräte kennen sich. Das heißt, wenn du das einmal mit deinem Smartphone verbunden hast, weiß automatisch dein Smartphone, sobald du die Kopfhörer aus dem Aufbewahrungs-Advi herausnimmst, dass die beiden zueinander gehören und sie sind sofort miteinander gekoppelt. Das heißt, einfach nur ins Ohr tun und schon habe ich sofort den Musikgenuss. Ich kann damit vollkommen kabellos telefonieren. Und das mit einer sehr langen Laufzeit. Und Sie haben sogar hier im hinteren Bereich einen Multi-Touch-Button. Und über diesen Multi-Touch-Button können Sie zum Beispiel den Sprachassistenten von Ihrem Smartphone aktivieren. Oder Sie können Anrufe annehmen. Sie können auflegen. Sie können über den Sprachassistenten sogar förmlich wählen und sagen jetzt zum Beispiel, ruf Pearl TV an und dann wählt sich die Nummer 0181 51 51 und dreimal die 2. Das ist ja unsere Bestelltelefonnummer hier für Sie, um zum Beispiel mal ganz schnell Ihr Lieblingsprodukt zu bestellen. Und die sind sogar spritzwassergeschützt. Das heißt, auch wenn Sie mal so ein bisschen draußen und outdoor unterwegs sind, können Sie natürlich perfekt immer und überall mitnehmen. Sie können das perfekt natürlich zum Beispiel auch für eine Fahrradtour nutzen. Oder ganz modern ist es natürlich gerade auch beim Autofahren, weil auch da sollst du ja das Handy nicht in die Hand nehmen. Ja, und ganz wichtig ist auch, wenn Sie sich vorstellen könnten, das jetzt zu verschenken, viele Smartphones, die Sie heutzutage neu kaufen, haben im Lieferumfang die Kopfhörer nicht mehr dabei. Ja, da wird man angehalten, das teuer extra dazu zu bestellen. Und da ist man hier natürlich bei diesem unschlagbaren Preis viel besser mit dabei. Kann die dementsprechend für 28,10 Euro auch mehrfach kaufen und muss dann nicht auf diese wirklich überteuerten Markenprodukte zugreifen. Das ist im Moment ja alles so ein bisschen eine Falle, kommt mir das manchmal vor. Sie können es bestellen unter der Bestellnummer ZX 1836 und die 569. Wenn Sie gleich anrufen, haben Sie natürlich unseren wunderbaren Sonderpreis hier. Und das lohnt sich tatsächlich für sich selbst oder eben als Geschenk für die Nächsten. Und ich kann Ihnen eins sagen, wenn Sie das Ihren Kindern oder Enkelkindern schenken. Sie werden Kinderaugen zum Strahlen bringen, weil das ist so ein Trendprodukt, da will keiner mehr darauf verzichten. Und das auch zum Beispiel mit unserem neuen Produkt. Genau, das ist hier auch ein absolutes Trendprodukt für Jung und Alt. Die Fitnessuhr. Das ist hier eine Fitnessuhr mit Glas-Touchscreen. Also unglaublich modern, wie ein Smartphone zu bedienen. Tatsächlich alles mit dem Finger und mit dem Wischen nach oben und unten, so wie man es vom Smartphone kennt. Genau, so kennt man es vom Smartphone. Und das ist eine TV-Neuheit, die wir Ihnen heute präsentieren. Und ich muss Ihnen eins sagen, ich habe mich förmlich schon in dieses Fitnessarmband verlegt. Denn mit diesem Fitnessarmband haben Sie alle Ihre Werte ganz genau unter Kontrolle. Ob das mal der Blutdruck ist oder zum Beispiel auch der Blutsauerstoffgehalt. Wir haben ein großes Glas-Display mit einer Gesamtgröße von 3,3 Zentimetern. Und vom Design erinnert es an ein sehr teures Modell. Wir machen es aber für Sie bezahlbar. Sobald ich einmal hier drauf drücke, sehen Sie es natürlich schon, haben Sie die Möglichkeit, individuelle Zeitsysteme einzustellen, beziehungsweise Designs einzustellen. Und dann, so wie es Rebecca gesagt hat, einfach nur einmal wischen. Und schon sind wir hier in den verschiedenen Funktionen. Wir haben hier unseren Sportmodus. Da haben wir neun verschiedene Einstellungen von Gehen, Laufen, Rennen, Wandern, Radfahren, Laufbahn, Fitnesstraining, Klettern, Spinning oder sogar Yoga mit dabei. Wir haben sogar für die Damen, und das finde ich ganz spannend, einen Menstruationszyklus mit dabei. Das heißt, hier kannst du zum Beispiel ganz einfach einspeichern, wann du deine Tage bekommen hast. Und der errechnet dir dann zum fast genauen Zeitpunkt, wann du deine Tage wieder bekommst. Ja, und wahrscheinlich kann man damit eben auch so seine fruchtbaren Tage so ein bisschen im Blick haben. Das ist ja meistens auch der Sinn eines Menstruationskalenders, wenn man vielleicht noch einen Kinderwunsch hat, zu sehen, wann wäre denn auch der richtige Zeitpunkt, sich da vielleicht zurückzuziehen, um das alles ein bisschen möglich zu machen. Es ist faszinierend, was man alles damit machen kann, wie die gesamten Vitalwerte des Körpers damit einmal überwacht werden und man eben so auch alles im Griff hat. Man muss nicht krank sein, um sich ein Fitnessarmband zu kaufen. Man muss nicht übergewichtig sein, um sich das zu holen. Und schon gar nicht muss man super fit sein. Es passt in jeder Lebenslage, wenn man etwas Gutes für sich tun möchte, wenn man seine Vitalwerte im Blick haben möchte und sich selbst eben auch motivieren möchte, zu gucken, wie viele Schritte gehe ich denn tatsächlich am Tag. Man überschätzt das nämlich. Man meint, ich habe mich doch genug bewegt. Und auf einmal merkst du ja gerade mal 400 Schritte gemacht, einmal um den Schreibtisch rum und in die Kantine. Das war's. So bleibt man natürlich auch nicht gesund und so werden wir garantiert nicht alt werden. Das heißt, das hier ist eine sehr kleine, aber hochwertige Investition in unsere gesunde Zukunft. Absolut. Und das, was du gerade gesagt hast, wir haben diesen integrierten Schrittzähler mit dabei. Aber schauen Sie mal, wir haben sogar einen Wecker. Und ich kann Ihnen mal eine Geschichte von meiner Freundin erzählen. Die hat einen Mann, der steht immer ein bisschen später auf. Sie arbeitet momentan in der Gastronomie. Jetzt ist sie gerade natürlich zu Hause. Aber die lässt sich per Fitnessarmband wecken. Soll ich Ihnen sagen, warum? Erstens kein lautes Geklingel. Das hört sie erstens nicht. Und nur sie bekommt es durch leichte Vibration mit. Und sie sagt persönlich, sie steht da viel entspannter auf, als wenn sie jetzt noch das Handy suchen muss, sondern sie hat ja das Fitnessarmband immer um. Oder sie haben eine Schlafüberwachung. Wissen Sie eigentlich, wann Sie in der Tiefschlafphase sind oder wann Sie gut träumen? Das kann alles Ihre Uhr ermitteln. Denn diese ist ja über Sensoren mit Ihrem Körper verbunden. Deswegen kann die ja auch Ihren Blutdruck messen. Sie kann Ihnen den Blutsauerstoffgehalt messen. Und vor allem, sie ist staub- und wasserdicht nach IP68. Das heißt, Sie können die natürlich auch jederzeit tragen und immer und überall mit dabei haben. Und meine Lieblingsfunktion an dieser Uhr, die möchte ich Ihnen auch einmal zeigen, wenn Sie mal so einen richtig gestressten Tag haben, dann gehen Sie einfach auf den Entspannungsmodus. Und der Entspannungsmodus hilft Ihnen jetzt, richtig zu entspannen, beziehungsweise auch einfach mal runterzufahren. Das können Sie jetzt einstellen, ob Sie das eine Minute oder zwei Minuten machen wollen. Wir gehen jetzt hier mal auf eine Minute. Und jetzt schauen Sie mal, die Uhr sagt Ihnen alles ganz genau. Sie sagt jetzt gerade, entspanne dich, zählt einen leichten Countdown runter. Und jetzt steht hier, ganz tief einatmen und wieder ausatmen. Und das geht jetzt eine Minute lang. Und ich glaube, da kommst du schon schön zu hoch. Ja, und das ist auch mal was zwischendurch. Ob man nun eine Mutter ist oder ein Vater, der immer zu Hause ist zum Beispiel und die Kinder um die Ohren hat. Gerade jetzt in der Corona-Zeit ist man mehr, man hockt mehr aufeinander. Manchmal wird einem da vielleicht alles auch ein bisschen stressig. Oder im Büro regt sich jemand auf und Sie müssen einfach mal runterkommen. Dafür finde ich das total toll, dann den Entspannungsmodus einzuschalten und einfach mal mit ein bisschen Hilfe wirklich ganz bewusst atmen. Denn so kann man meistens ganz schnell auch großen Ärger ganz schnell vergessen und runterschlucken und weitermachen im Tag. Und diese kleinen Gadgets, die einem da ein bisschen helfen, finde ich absolut großartig. Wir haben ja auch einen großartigen Preis. 40,56 Euro. Sehe ich das richtig? Ich danke dir. Ganz genau, das siehst du richtig. Eins möchte ich noch ganz kurz sagen, bevor du die Bestellnummer saß. Alle Daten, die übrigens hier gelesen werden, werden automatisch auf dem Smartphone gespeichert. Gibt es eine kostenlose App, die laden Sie sich einfach runter und die Uhr sagt, jetzt belohnt sie sogar und sagt, hast du toll gemacht, du hast jetzt eine Minute entspannt. Und ich sage es immer wieder, zu diesem kleinen Preis von 40,56 Euro sollten Sie schnell sein. Ja, mit der Bestellnummer NX4944 und die 569 sind Sie dabei. Jetzt anrufen oder eben online bestellen zu unserem unglaublich kleinen Preis. Ein absolut großartiges Geschenk oder eben auch für Sie selbst. Und weißt du, was auch toll ist, weil man es eben mit dem Telefon abstimmen kann, also auf der App speichern. Man kann diese Daten natürlich dann auch mitnehmen zum Arzt. Ganz genau. Wenn man eben in ärztlicher Behandlung oder unter Beobachtung ist, kann man so ein bisschen zeigen, wie sich Puls und Herzschlag entwickelt haben. Ja. Schöne Möglichkeiten und jetzt machen wir, wir bleiben so ein bisschen im Agentenmodus. Ja, ich sehe schon, die Diana sieht ja selber schon aus wie so eine, ja, sehr, sehr hübsche Agentin hier, ich würde schon sagen. Sie bleibt auf jeden Fall nicht unauffällig in dem Outfit. Aber hier mit dieser kleinen schwarzen Tasche bin ich doch sehr, sehr gespannt, denn das ist ein monokulares HD Nachtsichtgerät, mein lieber Scholli. Und ich sage Ihnen eins, für mich eines der genialsten Geschenkideen, die wir Ihnen in diesem Jahr anbieten können. Denn Sie bekommen ein ganz tolles, hochwertiges monokulares Nachtsichtgerät. Monokular, kurz erklärt, bedeutet nur ein Auge brauchen Sie, um das Ganze natürlich genau zu erkennen. Wir haben so Schutzkappen mit dabei, das zeigt natürlich auch, welche Qualität wir Ihnen hier verkaufen. Und vor allem bei Nachtsichtgeräten, da redet man sonst von ganz teuren Preisen. Wir haben hier einen ganz kleinen TV-Sonderpreis, nämlich unter 95 Euro. Das Ganze kommt zu Ihnen in einem kompletten Set, Aufbewahrungstasche, Ladegeräte sind dabei, selbst sogar die Schutzkappen sind dabei. Und mit unserem monokularen HD Nachtsichtgerät können Sie bei Dämmerung bis zu 500 Meter weit sehen oder in der Nacht 300 Meter. Am Tag können Sie es verwenden als ganz modernes Fernglas. Denn wir haben eine Infrarotbeleuchtung mit dabei, eine neunstufige Infrarotbeleuchtung. Und diese ermöglicht es genau natürlich auch am Tag zum Beispiel die perfekten Aufnahmen zu haben oder alles nochmal genauer zu erkennen. Es ist spritzwassergeschützt, das heißt perfekt für den Außenbereich natürlich geeignet. Und Sie können sogar im vorderen Bereich manuell die Schärfe einstellen. Und ich als Brillenträger habe ja eine bestimmte Dioptrieneinheit. Das kann ich hier im hinteren Bereich mir sogar so einstellen, dass ich ohne Brille einfach durchgucken kann. Das Ganze ist akkubetrieben. Das zeichnet sich auch wieder als Profi-Qualität aus, denn die meisten Nachtsichtgeräte sind Batteriebetrieben. Hier haben Sie keine Folgekosten, sondern laden einfach nur wieder den Akku am normalen Stromnetz einmal auf. Wir haben unten sogar ein Stativgewinde mit dabei. Das zeige ich Ihnen mal hier im unteren Bereich. Da können Sie sogar ein Stativ anbringen. Und Rebecca, ich weiß ja, du bist auch ein sehr naturliebhabender Mensch und du weißt ja, wo ich hier wohne. Und ich wohne auf einem wunderschönen Reiterhof und es gibt dort so viel Nacht zu verfolgen. Ob das mal die Katzen sind, die heimlich irgendwie in die Stelle reingehen. Oder wir haben Kängurus bei uns auf dem Reiterhof. Ich sage Ihnen eins, die sind manchmal ganz schön nachtaktiv. Hätte ich selbst nicht gedacht. Oder Alpakas zum Beispiel. Auch die können in der Nacht ganz besonders aussehen. Ich muss mir das mal ausleihen und werde Ihnen mal ein paar Aufnahmen vom Reiterhof machen. Aber ist es nicht schön, dass du eben nicht nur das anschauen kannst, sondern du kannst es speichern. Denn du kannst eine kleine SD-Karte hineintun. Und sobald die SD-Karte eingebaut ist, können Sie all diese Aufnahmen auf Langfristigkeit speichern und immer und überall mitnehmen. Ja, das hat mich eben auch überrascht, dass man eben nicht nur durchsehen kann, um eben nachts Beobachtungen zu machen. Gerade eben, wenn man ein großer Natur- oder Tierfreund ist. Gerade auch da, wo du wohnst. Du brauchst nicht nur die Alpakas filmen auf dem Hof, sondern kannst in die kleinen Felder streifen und gucken, ob es da eben auch noch Rebhühner gibt zum Beispiel und Feldhasen, Rehe. Wir leben ja in einer wundervollen Gegend, in der es nur so wimmelt und kreucht und fleucht. Und wenn Sie eben ein besonderes Hobby haben, das Sie eben hauptsächlich nachts ausüben würden und was beobachten und filmen möchten, ist das natürlich absolut ideal. Und ich könnte mir vorstellen, das ist auch ein tolles Geschenk, wenn zum Beispiel eben jemand in der Landwirtschaft ist oder Jäger oder sonst irgendwie halt mit Natur verbunden ist, ist das großartig. Auch so Abenteuer-Camper, nicht nur in Deutschland, auch im Ausland. Wenn man da dann sehen möchte, wo bin ich, was geschieht um mich herum. Also das ist wirklich ein Geheimagenten-Gadget. Das hätte ich als Kind auch sehr, sehr gerne gehabt. Man kann sich vorstellen, wenn die Kinder vielleicht zum Campen gehen oder ins Zeltlager, was man da für Freude haben kann an einem solchen Gerät. Und vor allen Dingen eben nicht nur durchschauen, sondern aufnehmen und später im Computer sich das dann angucken, seine Filme zurechtschneiden. Absolut toll. Und natürlich zu einem wieder unschlagbaren Preis. Ja, einen ganz kleinen Preis, den wir Ihnen anbieten. 94,38 Euro. Oh, ich höre mir gerade beim Wurfwecker, müssen Sie ganz schnell sein. Lassen Sie mir bitte noch einen für meinen Neffen übrig. Unter anderem liebe Grüße auch an Renate. Ich glaube, Sie haben bestimmt auch jemanden, den Sie damit mal besser aus dem Bett kommen lassen wollen. Und das ist natürlich ein tolles Geschenk. Aber auch ein Nachtsichtgerät, finde ich, das ist auch so ein Geschenk. Das hat nicht jeder. Und es gibt viele Männer, die wissen auch manchmal nicht, so mit der Zeit anzufangen. Aber die wohnen vielleicht, wie ich, im Thüringer Wald oder tief in der Natur oder sind viel in der Nacht unterwegs. Ich muss auch eins sagen, ich würde mir meine Kinder oder Enkelkinder einfach mal schnappen und eine Nachtwanderung machen. Eine schöne Nachtwanderung, unser wunderbares, monokulares Nachtsichtgerät mitnehmen. Und dann erlebst du die Tiere nochmal auf einer ganz anderen Art und Weise und kannst natürlich auch alles ganz detailgetreu sehen und vor allem speichern. Ja, auf jeden Fall für den Naturfreund oder für den Abenteurer, ob groß oder klein, ein wunderbares Geschenk. Wir haben hier die Bestellnummer NX4954 und die 569. Da sollten Sie gleich zugreifen, anrufen oder eben online bestellen. Ein absolut tolles Ding für Jung und Alt, das so ein bisschen Abenteuer nach Hause bringt. Du wirst zum eigenen Agenten, das kann man eigentlich so dazu sagen. Denn gerade auch Nachtsichtgeräte kennt man ja hauptsächlich so aus dem Militärbereich. Aber jetzt machen wir es bezahlbar für jeden, der es natürlich gerne auch nutzen möchte. Und nochmal, Sie bekommen das komplette Zubehör mit dazu. Natürlich das Ladekabel. Die haben diese hochwertige Tasche, sodass Sie es immer und überall mitnehmen können und vor allem alles in genauer Art und Weise sehen. Und wir bleiben im Nachtsichtbereich. Ja, wir können das nämlich noch steigern. Und zwar haben wir hier so ein bisschen so the next level. Und zwar nennt sich das eben ein binokulares Nachtsichtgerät. Also da guckt man dann dementsprechend mit beiden Augen durch, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und das Ding hier ist so begehrt. Das sollen Sie unbedingt vorbestellen. Es kommt tatsächlich dann auch noch vor Weihnachten an, wenn Sie jetzt bestellen. Das ist aber tatsächlich eben absolut begehrt. Ja, und es sieht natürlich schon so wie in den Agentenfilmen aus, die man kennt, wenn die in der Nacht irgendwo liegen und dann förmlich einmal in die Nacht hineinschauen. Und das können Sie ab sofort nämlich auch machen mit unseren binokularen Nachtsichtgeräte. Beide Augen können Sie perfekt natürlich hier durchschauen lassen. Wir haben eine riesengroße Reichweite von bis zu 700 Metern. Sie können es auch bei Tag verwenden, dank des Infrarotfilters. Der sitzt hier im vorderen Bereich zum Beispiel einmal drauf. Schauen Sie sich das zum Beispiel mal an. Das kann man dann abnehmen. Und dann habe ich jetzt nur die Nachtsicht. Oder wenn Sie den Infrarotfilter wieder draufsetzen, dann können Sie es auch bei Tag verwenden. Sie haben hier auch die Möglichkeit, all Ihre Aufnahmen für Fotos und Videos auf Mikro-SD-Karten einfach zu speichern. Die Infrarotausleuchtung ist mit Darstellung sogar in Graustufen möglich. Das würde ich Ihnen gerne einmal zeigen, beziehungsweise das kennen Sie vielleicht ja auch schon, so diese Graustufen. Man denkt immer, man sieht mit einem Nachtsichtgerät schon so ganz gut. Aber wenn ich dann diese unterschiedlichen Stufen natürlich noch einmal mit zuschalte, dann kann ich das Ganze natürlich noch detailgetreuer erkennen. Kann das alles noch viel detailgetreuer sehen? Dann sehe ich, ob das Rehkitz vielleicht bei der Mama dabei ist oder ob der Fuchs da unten aus dem Wald wieder herauskommt oder ob das Wildschwein vielleicht seine Kinder dabei hat. Denn das geht alles mit einem Nachtsichtgerät. Wir haben diesen sehr schönen Tragegurt natürlich dabei. Für den perfekten Transport, beziehungsweise für das perfekte Transportieren, wenn Sie es nicht brauchen. Wenn Sie es aber für längere Zeit nicht brauchen, können Sie es natürlich auch in diese hochwertige Tasche tun. Die ist auch mit dabei. Und auch hier wieder manuelles Scharfstellen im hinteren Bereich. Das heißt, Sie können sich wieder schön an Ihre Augen anpassen. Ich bin auch ein Fan von Binocular, weil ich gerne über beiden Augen alles wahrnehme. Und wir haben ja hier diesen riesigen Monitor eben. Das ist ja ein riesen Display und nicht einfach nur zwei. Ich wollte erst so rum reingucken wie bei einem Fernblas und habe gemerkt, ne Moment, so kann es nicht gehen. Wow! Und auf einmal hat man hier dieses große Display. Also damit rechnet man nicht. Und man muss dazu sagen, auch hier kann ich natürlich meine Aufnahmen wieder filmen, also speichern mit der Micro-SD-Karte. Und das heißt eben dann auch zu Hause meine Filme auf den Laptop ziehen oder auf den Computer und dementsprechend schneiden. Ich finde sowas eben auch großartig für den Urlaub, wenn man da auf Entdeckungstour geht. Das wird ja auch mal wieder kommen im nächsten Jahr. Und dazu haben wir natürlich hier auch unsere Speicherkarte im Angebot, wie du gesagt hast. Einmal natürlich hier unsere Bestellnummer ist die NX4560569 für dieses fantastische binokulare Nachtsichtgerät. Und die SD-Karte dazu, die Sie brauchen, wenn Sie Ihre Aufnahmen filmen möchten, wenn Sie das alles speichern möchten, können Sie die hier gleich mitbestellen. Mit der Bestellnummer PX9965569 würde ich gleich im Paket bestellen. Ist einfach so, denn ohne das können Sie eben tatsächlich nur durchgucken, was kann man auch Spaß machen kann. Aber wenn Sie filmen möchten und Ihre Aufnahmen behalten möchten, brauchen Sie eine solche Micro-SD-Speicherkarte. 32 GB, davon kann man eben auch nie genug zu Hause haben. Da sollten Sie gleich mehrfach zugreifen. Das passt ja auch dann in die gängigen Fotoapparate oder eben auch in andere Videokameras. Zum Beispiel auch bei unserer HD-Videokamera, die wir vorhin hatten, passt natürlich perfekt auch mit hinein. Und vor allem, wir sprechen hier von Markenqualität von Intenso und das zu einem ganz, ganz kleinen Preis. Und ich finde, das sind schöne Geschenke. Und unter anderem hören wir auch gerade schon wieder das Fitness-Armband. Ist ganz stark nachgefragt, auch bei den Männern sehr beliebt, unter anderem Heinrich. Liebe Grüße an Sie. Ist das als Geschenk für die Dame oder wollen Sie es vielleicht selber behalten? Das ist eben für Männer und für Frauen ja gleichzeitig geeignet. Wir alle wollen gesund und fit bleiben. Und dementsprechend ist das ein Geschenk, das für alle geeignet ist. Auch hier sehe ich die eine oder andere abenteuerlustige Frau. Nicht immer nur die Männer, die nachts durchs Gestrüpp streifen, wie du immer sagst. Sondern auch wir Frauen sind interessiert, was da um uns herum kreucht und freut. Wir machen eine Nachtwanderung zusammen, Rebecca. Ja, das machen wir sehr gerne. Wir werden hier zwischen Harz und Solling die Natur erkunden und ein paar schöne Filme drehen. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß. Rufen Sie an und sichern Sie sich Ihre Geschenkideen. Viel Spaß und Freude.